Das ist ein Weg, um George Clooney zu zeigen, was er vermisst. Elisabeth Akanalis zeigte ihren fantastischen Bikini-Körper an einem Pool in Los Angeles. Sie war die Freundin von George Clooney und nun zeigte sie diesen sexy Schnappschuss auf Twitter, wie sie einen schwarzen Bikini trägt. Die italienische Schauspielerin schrieb neben das Bild, dass sie die Sonne in Los Angeles genieße. Die 34-Jährige hat angeblich am Anfang des Jahres angefangen, sich mit dem schwedischen Promi-Fitnesscoach Markus Kowal zu treffen. Er ist offenbar ihr persönlicher Trainer. Und der ehemalige Star aus Dancing with the Stars kann nun den Erfolg der harten Arbeit zeigen. Sie trug diesen Zweiteiler. Elisabeth Akanalis war zwei Jahre lang mit George zusammen. Es wurde gemunkelt, dass sie heiraten wollen. Doch im Jahr 2009 trennten sie sich. Es scheint ihr richtig gut zu gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017